Die Flitterwochen. Das ist jetzt nicht wahr, New York? Unsere Flitterwochen. Frisch verliebte Paare. Und endlich... In den nächsten Tagen gibt es nur noch uns zwei. Traute Zweisamkeit. Amore mio! Weißt du, wie ist die Wetter in New York? No, 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 Papa. Ich bin freier Mann. Kann ich fahren, wann ich will? Stopp! Sie können hier nicht so einfach durchgehen. Die Jacke! Wieso? Wollen Sie bügeln? Sie könnten ja eine Bombe an Bord schmuggeln. Sie glauben, ich habe eine Bombe, ja. Hören Sie zusammen? Ist meine Zwiegersohn. Hatte gebaut die Bombe. Ganz große Klasse, Antonio. Herzlichen Dank. Nach Maria im Schmecktsnicht kommt... Antonio im Schmecktsnicht. Hekelteck ist die schwedische Variante der Familienkonferenz. Jeder darf sagen, was getan werden muss, damit er sich wohlfühlt. Ich möchte, dass mein Vater im Erdboden verschwindet. Ja. Lass uns schon mal anfangen. Antonio, was möchtest du denn? Ich möchte, dass da... Ja. Fein. Ähm... Tagliatelle, Apocino. Gut, dann sag ich jetzt, was ich möchte. Ich möchte, dass ihr beide... ...je Million... Herr Kondermann, wir machen jetzt Hekelteck. Weil das die Nerven beruhigt und alle entspannt. Antonio, ihm schmeckts nicht. Super, Schatz, das klappt ja prima. Das war's. 무역, fuß. Das war's. Das war's. Ich Пote, das war, das war's. Ich muss mich nur begrepen. KBS, was wir kommen.